Ja, einen schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich begrüße jeden, der hierher heute ins ICF Mittelland gekommen ist. Ich begrüße aber auch alle, die mit uns jetzt live verbunden sind am Bildschirm und auch jeden, der im Laufe der nächsten Woche dann in die Message hinein klicken will. Schön, bist du da. Ja, der Pesco hat mich ein Stück vorgestellt. Was gibt es noch zu sagen? Ich bin verheiratet. Ich bin Mami von einer dreijährigen Tochter, bin seit drei Jahren zu Hause bei ihr. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht von unserer Familie und ich danke. Ja, das sind wir. Und ich bin in einer Babyworld mit aktiv tätig. Das heißt, wenn du mich heute zum ersten Mal siehst, liegt es vielleicht daran, dass ich sonst regelmäßig oben bei den Kleinen mithelfe. Und heute darf ich aber mal in die Erwachsenenwelt eintauchen hier bei euch. Und ich danke Phil und Moni für euer Vertrauen und dass er mir die Möglichkeit gibt, auch in meine Leidenschaft einzutauchen und das ist von Jesus zu erzählen. Und wie es Pesco schon gesagt hat, die Serie, in der wir uns befinden, heißt Leben unter Druck. Und wer kennt das nicht? Situation, die dir das Leben zuspielt, wo du unter Druck stehst, unter Anspannung. Situation, mit denen du nicht gerechnet hast und die dir das Leben schwer machen. Und als Grundlage für die heutige Predigtserie steht das Buch Daniel. Und für die, die es vielleicht nicht auf dem Schirm gerade präsent haben, das Buch Daniel ist eins der prophetischen Bücher in der Bibel. Und erzählt von Daniel und seinen Freunden, wie sie damals ins Exil verschleppt wurden. Sie waren damals circa 14 bis 15 Jahre alt und das Buch erzählt in den Kapiteln von ihren Lebenssituationen, mit denen sie sich plötzlich dort konfrontiert sahen. Wie sie ihre Identität fast aufgeben mussten, wie sie neue Namen erhielten und wie gesagt lebensbedrohliche Situationen. Und wenn man in dieses Buch eintaucht, könnte man manchem erschlagen sein von der Fülle an Träumen, an Visionen, an Prophetie. Heute soll es aber um, ich möchte fast sagen, einen Nebenschauplatz gehen. In der Vorbereitung hat Gott so sein Augenmerk oder mein Augenmerk auf etwas gelegt, wo ich denke, dass er dir heute begegnen möchte, dass er dir heute einen Aha-Moment schenken möchte, damit du mit einer neuen Hoffnung genau in die Situation hineingehen kannst, wo du sagst, oh ja, da stehe ich unter Anspannung und unter Druck. In dem Buch Daniel sehen wir, wie Daniel und seine Freunde viele Entscheidungen treffen, wo wir vielleicht manchmal dastehen und sagen, wow, das könnte ich nicht oder wie sie etwas handeln und wir vielleicht dastehen, ich weiß nicht, ob ich das könnte. Und mir ist bewusst geworden, dass es im Buch Daniel vielleicht zunächst nicht darum geht, dass wir das Verhalten von Daniel und seinen Freunden eins zu eins kopieren und heute hier rausgehen und sagen, oh, genau so mache ich es auch, damit wir Gott erleben. Also, dass wir uns so verhalten wie Daniel und seine Freunde, damit Gott uns segnet. Ich glaube, es geht viel mehr in den Situationen von Daniel und seinen Freunden darum zu verstehen, wovon waren diese Männer überzeugt. Denn von dem, von dem du oder ich überzeugt bin, von dem, was dir oder mir wichtig ist, also unsere Werte, daraus entspringt unser Verhalten. Und um noch eine Ebene tiefer zu gehen, wenn wir verstehen, was Daniel und seine Freunde geglaubt haben, geglaubt haben über Gott. Ich schreibe es mal an. Dann verstehen wir vielleicht viel besser, wie sie sich verhalten konnten oder verhalten haben, wie sie es taten. Denn unser Glaube formt unsere Überzeugungen. Also, das, was du und ich hier drin glauben, die Glaubenssätze über Gott, wer Gott ist und was er imstande ist zu tun, das formt unsere Überzeugung und danach handeln wir. Also, steigen wir mal in das Setting der heutigen Geschichte ein. Daniel 2. Daniel und seine Freunde sind ins Exil verschleppt worden und dienen mittlerweile Nebukadnezar. Das ist der mächtigste Herrscher der damaligen Welt. Er ist der Imperator, der es geschafft hat, als Erster in der Geschichte alle Könige und ihre Königreiche unter sich zu vereinen. Und diesem Herrscher dienen Daniel, Michael, Hanania und Asaria ganz persönlich. Sie sind als Weise in seinem Hof tätig. Nebukadnezar hat in einer Nacht einen Traum. Und dieser Traum irritiert ihn so sehr, dass er aufwacht und unbedingt die Bedeutung seines Traums erfahren möchte. Also ruft er alle Wahrsager, alle Weisen, alle Zeichendeuter, Astrologen von Babel zu sich und sagt, ich hatte einen Traum, könnt ihr mir sagen, was er bedeutet? Und alle Versammelten sagten, ja, natürlich, erzähl uns deinen Traum und wir können ihn für dich interpretieren. Nebukadnezar spürt aber, in diesem Traum steckt sowas Bedeutendes, so viel Wahrheit. Er will sich sicher sein, dass diese Zeichendeuter und Astrologen wissen, wovon sie reden, dass die Interpretation, die sie geben, wahrhaftig und echt ist. Also sagt er, nein, 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 ich muss sicher sein, dass ihr euer Handwerk versteht. Gut, also erzählt ihr mir den Traum, den ich geträumt habe und die Bedeutung und dann wird es gut um euch bestellt sein. Wenn ihr es nicht könnt, werde ich euch und eure Familien hinrichten lassen. Ich werde eure Häuser zerstören und zu Schutt und Asche verbrennen. Da ist eine Drucksituation. Natürlich sagen die Wahrsager und die Zeichendeuter, hey, das kann niemand, niemand auf der Welt, Nebukadnezar, kann dir deinen Traum sagen. Und außerdem, kein Herrscher der Welt würde so etwas von seinen Untertanen verlangen. Und da wird Nebukadnezar zornig. Und in einem Moment sagt er, so fertig, es werden alle hingerichtet. Und das bedeutete auch Daniel und seine Freunde. Er beauftragt, den Obersten der Leibwache, den Befehl auszuführen. Und Ajocha, so ist sein Name, macht sich auf den Weg, den Dekret auszuführen. Er ist auf dem Weg zu Daniel und seinen Freunden. Und Daniel, klug und verständig, sagt uns die Bibel, sagt, Ajocha, was ist los? Warum ist der Erlass vom König so eilig? Was ist passiert? Und der Oberste der Leibwache lässt sich darauf ein und sagt, hey, es geht darum, ihr müsst einen Traum sagen, den der König geträumt hat und ihn auslegen. Und ansonsten werdet ihr umgebracht. Und Daniel geht zu Nebukadnezar und erbittet eine Frist, dass er den Traum erfahren möge und ihn auslegen kann. Und hier beginnt unser Nebenschauplatz. Wir steigen ein in Daniel 2, Vers 17 und 18. Danach, als Daniel erfuhr, was los war, eilte er nach Hause und berichtete seinen Freunden Hananiah, Mishael und Asaria, was geschehen war. Er forderte sie auf, den Gott des Himmels zu bitten, dass er erstens Erbarmen mit ihnen habe und ihnen das zweitens Geheimnis offenlege, damit sie drittens nicht mit den anderen königlichen Beratern hingerichtet werden würden. Das heißt, sie beten um Gnade, um Erbarmen, sie bitten um Offenbarung von Gott und sie bitten um seinen Schutz. Das Interessante und Schöne an dieser Bibelstelle ist, dass hier zum allerersten Mal in der gesamten Bibel das gemeinsame Gebet erwähnt wird. Und dieses erste Mal Erwähnung von einem Thema oder einem Wort in der Bibel kann immer so ein Hingucker für uns Prediger oder Pastoren sein, um hellhörig zu werden. Hellhörig dahingehend, wenn Gott zum ersten Mal in seinem Wort ein Thema für seine Kinder vorstellt, was möchte er über dieses Thema und über sich selbst offenbaren? Was möchte er von sich selbst zeigen? Und da schauen wir mal hin. Also sie bitten um Gnade. Was heißt Gnade? Gnade heißt Hilfe erhalten dort, wo du nicht mehr weiter weißt. Dort, wo du ans Ende deiner Fahnenstange kommst, da möchte Gott dir helfen und kommt dir entgegen. Dieses Wort Gnade heißt übersetzt Raham. Es gibt drei Worte im Alten Testament. Und Daniel und seine Freunde sprechen hier Gott an Raham auszuüben. Und Raham heißt übersetzt Trost und Komfort und wird verknüpft im Hebräischen mit dem Bild eines Mutterleibes. So wie eine Schwangere, die ihr Ungeborenes in sich trägt und alles auf das Ungeborene hin umstellt, damit der Säugling in ihr gesund heranwachsen kann und sich entwickeln kann. So ist die Aufmerksamkeit, die Zuwendung von Gott, die Anteilnahme von ihm für uns, wenn wir mit unseren Anliegen zu ihm kommen. Und das müssen Daniel und seine Freunde geglaubt haben, denn sie sprechen, sie erbitten hier bewusst Raham von ihm, dass sie in seinen Schutzraum, in seine Fürsorge, in seine Anteilnahme für dieses Problem, mit dem sie sich gerade konfrontiert sehen, eintreten. Das heißt, das Erste, wenn du in einer Krise steckst, wenn du in einer Not bist, das Erste, was du machen kannst, ist, finde Menschen mit demselben Glauben und fangt an zu beten. Bittet Gott, dass er Gnade zeigt. Tretet in diesen Schutzraum seiner Gnade, seiner Fürsorge, seiner Anteilnahme für euch ein. Was passiert als Zweites? Wir lesen weiter in Vers 19. In dieser Nacht hatte Daniel eine Vision und erfuhr, was der Traum bedeutete. Daniel erhielt Einsicht in die Gedanken Gottes. Offenbarung erhalten heißt, Gott teilt dir seine Gedanken für dich und deine Situation und dein Anliegen mit. Über das, was du im Moment noch nicht siehst. Vielleicht kennen wir das, wenn wir in einer Not sind und ein Anliegen haben, wir fragen oft andere Leute um Rat. Und wir erhalten vielleicht hier und da auch gute, gut gemeinte Ratschläge. Oder wir greifen auf unseren Erfahrungsschatz zurück, dass wir denken, ah, das habe ich schon mal ähnlich erlebt, vielleicht kann ich das und das gebrauchen. Oder manchmal suchen wir einfach auch im Internet nach Antworten, aber wir merken auf der menschlichen Ebene so richtig 100 Prozent ist es noch nicht die Antwort oder die Lösung, die ich für meine Situation in meiner Anspannung oder in meinem Druck brauche. Und da ist Gott, zeigt uns Gott hier an dieser Bibelstelle, er ist der Einzige, der die Antwort für deine Sorge und für dein Anliegen kennt und parat hält. Er hat die Antwort dafür. Und das ist auch das, was Daniel und seine Freunde hier geglaubt haben. In Vers 28 heißt es, da sagt Daniel, aber es ist ein Gott im Himmel, der Geheimnisse offenbart. Mit dieser Einstellung ist er ins Gebet, ins gemeinsame Gebet gegangen. Und das heißt, was immer du brauchst für dich, für deine Familie, für deinen Arbeitsplatz, für deine Schul- oder Unisituation, egal was es ist, Gott weiß, was es braucht und er möchte dir antworten. Er ist derjenige, der das sieht, was du vielleicht noch nicht siehst. Und er möchte dir entgegenkommen und dir diese Antwort schenken. Vor ungefähr zwei Monaten war ich in meiner Kleingruppe, in meiner Small Group und ich habe einfach kurz erwähnt, dass ich merke, so nach drei Jahren Mami sein und zu Hause sein, merke ich, ich bin innerlich offen und parat, mir wieder eine Arbeitsstelle zu suchen. Und die Frauen in meiner Kleingruppe haben gesagt, hey, komm, lass uns dafür beten, Dana. Lass uns beten, dass Gott dich führt in dieser Frage. Und wir haben gebetet und sie beteten, Gott, zeig Dana, was dran ist oder ob es überhaupt dran ist, in die Arbeitswelt wieder einzusteigen. Nach zwei Wochen erkundigten sie sich wieder, wie der Stand der Dinge ist und wir beteten wieder, dass Gott mich führt. Und dann habe ich es gewagt und habe ein paar Bewerbungen geschrieben und hatte natürlich eine Stelle, die mein Favorit war und eine Stelle war dabei, wo ich mir echt unsicher war. Wo ich dachte, ah, kann ich das, bringe ich das mit? Und ich bin mittags auf einen kurzen Spaziergang im Quartier gegangen, habe wieder dran rumstudiert und kurz vor der Haustür erhalte ich plötzlich zwei Gedanken, zwei Argumente hier drin, zack, die alles für mich ausmachten. Das eine war ein Contra für die Stelle, die mein Favorit war und das andere war ein Pro genau für die Stelle, wo ich mir so unsicher war. Und es hat hier drin, ich wusste gesessen, ich wusste, Gott, das sind jetzt zwei Gedanken von dir. Und mit diesem Perspektivwechsel konnte ich ganz anders, mit einer ganz anderen Sicherheit und Offenheit in den Bewerbungsprozess gehen und die Vorstellungsrunden durchlaufen. Und es begann alles mit dem Gebet in unserer Kleingruppe. Was passiert bei Daniel und seinen Freunden als Drittes? Ich kürze es etwas ab, sie bitten um Schutz und Daniel erhält den Traum, er erhält die Interpretation, er geht zu Nebukadnezar, kann ihm das alles erzählen und das Todesurteil wird erlassen. Daniel und seine Freunde bleiben am Leben und nicht nur sie, sondern auch alle Weisen in ganz Babel. Und was will uns diese Daniel-Episode heute sagen über das gemeinsame Gebet und über Gott? Sie sagt, ich höre euch, wenn ihr zusammen betet, ich antworte euch, sobald ihr eure Anliegen vor mich bringt und ich schütze euch. Ich bin euer Gott, der euer Leben bewahrt. Wo erlebst du gerade Situationen, in denen du unter Druck stehst? Vielleicht äußerlich oder innerlich? Hast du eine Diagnose erhalten? Sind es gesundheitliche Sachen oder Sorgen, die dich plagen? Ist es auf der Arbeitsstelle, wo du Schwierigkeiten erlebst? Oder auch beim Studium? Wo sind die Situationen, in denen du Gott brauchst? Jetzt könnte man bei der Daniel-Episode denken, ah ja, das ist schön zu hören, dass Gott mich hört, aber es scheint so in der Distanz. Es ist schön, dass Gott mir eventuell auch eine Antwort schenken wird, aber es scheint so distanziert. Er scheint so weit weg. Oder eventuell oder vielleicht beschützt er mich und meine Familie oder bewahrt auch mein Leben. Aber es scheint alles so in der Distanz zu sein. Jesus sagt an einer Stelle im Matthäusevangelium etwas ganz Entscheidendes. Und er konnte diesen Satz oder diese Sätze sagen, weil er wusste, er wird ans Kreuz von Golgatha gehen. Er wird dort am Kreuz für allen Druck, der dich und mich entweder von außen oder von innen belastet, wird er in seinen Körper aufnehmen. Alle Sorgen, alle Anliegen und jegliche Schuld und Sünde, jeden Fehler, den du begangen hast, wird er in sich aufnehmen, damit er am Kreuz von Golgatha stirbt. Und mit all diesen Sachen, die uns belasten und die uns Anspannung bereiten, stirbt und sie in den Tod gibt. Und er wusste, mein Vater im Himmel, unser Gott, wird mich am dritten Tag wieder auferstehen lassen. Und damit ist der Weg frei für dich und mich, dass wir jederzeit einen freien Zugang zu Gott haben. Jede Sünde von gestern, von heute und von der Zukunft ist vergeben. Der Weg zu unserem Vater ist frei. Und er wusste auch im Umkehrschluss, dadurch wird auch der Weg vom Vater zu uns, wird er frei. Und Gott kann, weil alle Schuld und alle Sünde am Kreuz von Golgatha sind, ein für allemal, und die Sünde nicht mehr im Weg steht, der sündige Zustand, in den wir alle hineingeboren sind, den hat Jesus weggenommen, damit der Vater auch Zugang zu uns erhält. Und das ist die gute Nachricht vom Kreuz. Und deshalb in diesem Wissen konnte Jesus in Matthäus 18, Vers 19 bis 20 etwas ganz Entscheidendes sagen. Dort hat er nämlich gesagt, wenn zwei von euch hier auf der Erde meinen Vater um etwas bitten wollen und sich darin einig sind, dann wird er es ihnen geben. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, bin ich mitten unter ihnen. Bin ich in ihrer Mitte. Vielleicht denkst du, ja, ja, Dana, das haben wir schon so oft gehört, den Vers. Und ich klinge mich ehrlich gesagt innerlich schon aus, wenn ich den höre. Habe es auch probiert, hat wenig genützt. Aber auch hier die Frage, was möchte uns denn Gott über sich selbst sagen, wenn er uns sagt, wo ihr zu zweit oder zu dritt betet, bin ich da. Was möchte er von sich zeigen? Jesus sagt, ich bin da. Ich bin. Ein Mie im Griechischen. Und in der Parallelstelle, ich bin. Im Alten Testament gibt es die Geschichte, die vielleicht viele kennen, mit dem brennenden Dornenbusch. Wo Mose einen Dornenbusch sieht, der brennt und er merkt, dieser Busch verbrennt nicht. Und er spürt, Gott lebendig ist hier. Und er fragt auch noch, wer bist du? Gott, wie heißt du? Und Gott gibt ihm eine Antwort, die so unbegrenzt und so uneingeschränkt ist. Er sagt, ich bin, der ich bin. Ich werde sein, der ich sein werde. Im Hebräischen, Eheyeh Asher Eheyeh. Ich werde sein, der ich sein werde. Für mein Volk, für dich Mose, und für uns heute. Gott in seiner Liebe begrenzt sich hier nicht an dieser Stelle auf ein Merkmal oder eine Eigenschaft, sondern er ist komplett frei und losgelöst, damit er der sein kann, der es braucht, um deine und meine Situation zu lösen. Damit er der ist, der er ist, damit wir in unseren Drucksituationen mit ihm gemeinsam bestehen können. Ich bin, der ich bin. mitten unter euch. Ich werde sein, der ich sein werde, damit du bestehen kannst. Und das ist diese schöne Zusage, die Jesus hier gibt. Ich bin mitten unter euch. Ich bin nah. Ich bin nicht abwesend, sondern ich bin anwesend. Ich bin nicht im Himmel, sondern ich bin mitten bei euch. Ihr dürft von mir empfangen, was ich für euch bereit habe, sobald ihr miteinander betet. Und das Schöne an dieser Bibelstelle ist auch noch, wo so diese Liebe von Gott zum Ausdruck kommt. Gott macht es nicht kompliziert. Er macht es einfach. Er nimmt nämlich die kleinste Anzahl von Menschen, die es braucht, um eine Gruppe zu formen. Zwei. Damit er sagt, ich bin da. Er sagt nicht, es braucht fünf, damit ich da bin. Oder zehn. Sondern er sagt, meine Zusage gilt, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, bin ich mitten unter ihnen. Und das ist das Schöne, wenn wir zusammen beten. Dass Gott uns zusagt, hey, in der Daniel-Episode, ich höre euch. Ich antworte euch. Ich schütze euch. Ich bin da. Und ich werde sein, der ich sein werde, für deine Situation, wo du mich am meisten brauchst. Und das ist auch die Frage heute Morgen. Wo erlebst du eine Situation, wo du unter Anspannung bist? Vielleicht innerlich unter Druck stehst? Oder äußerlich? Im Beruf? Im Alltag? Zu Hause? In Erziehungsfragen? Das weißt du am besten, wo du gerade drin stehst und durchgehen möchtest. Und wir haben im ICF dieses Jahr hier den Jahresschwerpunkt. 2021 Gruppen fördern, Gruppen stärken, miteinander verbunden sein, miteinander zu connecten und dadurch Gott auch zu erleben. Und wäre das gemeinsame Gebet vielleicht etwas, was wir neu aufleben lassen können, miteinander, dieses Jahr ganz konkret, regelmäßig, um Jesus neu zu erleben und seine Zusagen für uns. vielleicht kommt dir jetzt schon jemand in den Sinn, wo du sagst, oh ja, ich habe einen Kollegen, eine Freundin, mit der möchte ich mich zusammentun und gemeinsam wieder beten. Oder vielleicht bist du in einer Small Group oder Dienstgruppe und ihr fangt wieder neu an, gemeinsam eure Anliegen vor Gott zu bringen. Und dabei geht es nicht um stundenlanges Gebet oder vielleicht auch nicht darum, dass ihr eure Anliegen in einem langen Atemzug erst mal detailliert einander erzählen müsst. Ihr könnt direkt zusammenkommen, so wie Daniel und seine Freunde. Er eilte nach Hause, sie hatten nur noch wenige Stunden Zeit, bevor das Todesurteil vollstreckt wurde. Er hat einfach erzählt, wir brauchen die Traumauslegung, wir brauchen den Traum. Sie taten sich zusammen und sie beteten gemeinsam zu Gott. Vielleicht bist du aber auch hier oder zu Hause und sagst, eigentlich, wenn ich ehrlich bin, ich kenne niemanden, mit wem soll ich denn beten? Dann ist immer eine Möglichkeit auch, du kannst sonntags hier in die Gottesdienste kommen und nach dem Gottesdienst deine Anliegen mit Leuten könnt ihr zusammen beten. Oder auch Come and Pray Together, alle zwei Wochen ist auch die Möglichkeit zu kommen und hier gemeinsam zu beten. Ihr merkt, es gibt Möglichkeiten, lasst sie uns nutzen, gemeinsam wieder zu beten. Ich hatte eingangs gesagt, es geht nicht so sehr darum, es Verhalten zu ändern, als vielmehr darum zu gucken, was glaube ich, wo ist Gott in meiner Situation und was glaube ich über ihn. Und vielleicht zum Abschluss noch eins. Wenn ihr betet, wenn du betest, geht es nicht so sehr darum, dass du dein Verhalten beim Beten änderst. Dass du besser betest, länger betest, gediegenere Worte verwendest, darum geht es nicht. Oder es geht auch nicht in erster Linie darum, dass du jetzt sagst, ich muss jetzt meine Überzeugung zum Gebet ändern, ich muss aus mir heraus neue Überzeugung aufbringen. Darum geht es auch nicht. Sondern wie wäre es, wenn wir Gott, wenn wir Jesus heute erlauben, dass er hier unsere Glaubenssätze berühren darf, wenn wir ihm erlauben, dass er die Sätze, die ich denke, wie du bist Gott, wo ich merke, ganz so stimmt es gar nicht mehr. Gott, ich dachte immer, du hörst mich nicht. Oder Vater, ich dachte immer, ich muss es alleine schaffen. Du stehst im Hintergrund und guckst zu, wie ich das löse. Oder dachte immer, du bist nicht interessiert an mir. Du hast wirklich Interesse an meiner Notsituation. Was immer deine Glaubenssätze sind, wo du merkst, die stimmen nicht überein. Wir können sie heute Morgen Gott hinhalten und wir können ihn bitten, dass sein Heiliger Geist drüber wäscht und unsere Glaubenssätze erneuert mit einer Antwort, mit einem Bild, das er für dich bereithält, wo er dir zusagt, doch, ich höre dich. Ich habe dein Anliegen nicht vergessen. Doch, ich antworte, ich komme zu dir und ja, ich beschütze dich, denn ich bin bei dir, alle Tage bis ans Ende der Welt. Amen. Wenn du heute Morgen hier bist oder vielleicht auch vor dem Bildschirm sitzt und sagst, hey, ich habe mein Leben noch nie diesem Jesus anvertraut, aber ich spüre, er ist gerade da und er wirbt um mein Herz, dann möchte ich dich jetzt einladen, möchte ein kurzes Gebet sprechen, wo du dein Leben Jesus anvertrauen kannst. Jesus, danke, dass du gerade da bist. Ich nehme dich wahr und ich spüre, wie du an und mir in Herzenstür klopfst. Ich danke dir, dass du am Kreuz von Golgatha für alles, was mich belastet, für alle Fehlentscheidungen, für alle Schuld, für all mein Versagen, für all meine Sünde gestorben bist, damit ich frei mit dir zusammen leben kann. Danke, dass du mir alles vergibst und ich versöhnt bin mit dir, Vater. Und ich lade dich jetzt ein, dass du kommst in mein Leben. Ich vertraue dir mein Leben an und ich möchte meinen Lebensweg in Zukunft mit dir gemeinsam gehen. Danke, Vater, für deine Liebe und dass du mich uneingeschränkt liebst. Amen. Und ich möchte noch für uns beten, die wir hier sind oder auch zu Hause, wenn du jetzt Glaubenssätze entdeckst, wo du merkst, die möchte ich Jesus hinhalten und ich möchte sie von ihm erneuern lassen, dann bete ich jetzt auch noch für dich, dass du während des nächsten Songs oder dann auch später zu Hause einfach beten kannst und Gott dich in deinem Glaubensleben berührst, damit sich in dir neue Überzeugungen formen und du seine Zusagen annehmen kannst und damit du dann mit wem auch immer du betest dieses Jahr mit einer neuen Haltung ins Gebet gehen kannst und weißt, dass Gott da ist und dich hört und dir antwortet. Vater, ich danke dir, dass du da bist und dass du uns heute berührst. Danke, dass du mich siehst und das, was ich von dir glaube und ich halte dir jetzt in der Lobpreiszeit meine Sätze oder meinen Satz hin, damit du, Heiliger Geist, drüber waschen kannst. Komm, Heiliger Geist, wasch diesen Satz weg. Löse ihn auf in mir und zeige du mir, was du mir zeigen möchtest, wie du mir begegnen möchtest und sei der, der du bist für mich. Amen. Amen. Amen.